Ich möchte jemand gerne kurz Boxen-Stock machen, Kleinigkeit trinken. Wasser, Saft, ein bisschen Champagner. Ein bisschen Wein, ein bisschen Bier. Ein Wasser? Ja, für mich auch. Zodach. Wir haben natürlich noch viel vor, deswegen nicht zu lange. Das ist die Sandservat. Das ist die Sandservat. Das ist die Sandservat. Das ist natürlich wunderbar, zum Beispiel einen wundervollen Sundown dann nehmen kann. Gerade die Sandservat. Wir gehen ja bei uns in den meisten Abenden.